Lucy Ackhurst Webster ist eine britische Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin. Leben und Karriere Lucy Ackhurst wurde in London geboren und verbrachte hier ihre ersten Lebensjahre. Später verzog sie mit ihrer Familie in den Nordwesten Englands. Nach Beendigung der Schulzeit besuchte sie kurzzeitig eine Schauspielschule. 1994 entdeckte sie die BBC für eine tragende Rolle in der Fernsehserie Acquired on the Preston Front. Lucy Ackhurst ist seit dieser Zeit ständig in Fernsehproduktionen zu sehen. In dem mit mehreren Auszeichnungen prämierten Kurzfilm Every Seven Years aus dem Jahr 2004 trat sie als Drehbuchautorin, Produzentin und Darstellerin in Erscheinung. Im 2009 von Lucy Ackhurst produzierten Film Morris A Life With Belzon führte sie erstmals auch Regie, Filmografie. 1996 Alevani Schingmann 1997 der Mann ohne Namen 1994 zu 1997 I quiet on the Preston Front 1998 Brombeerzeit 2000 Longitude der Längengrad 2000 Circus traue keinem dieser Clowns 2001 Spaced 2003 Eroica The Day That Shank Music Forever 2004 Every Seven Years 2004 Der Preis des Verbrechens 2004 Ein Zombie kommt selten allein 2004 Monarch of Aiglin 2008 A Bunch of Amateurs 2009 Morris A Life With Belzon 2009 Hassel Unehrlich Wert Am Längsten Vielen Dank.